Jeder Trauring wird individuell für Sie maßgefertigt. Sie haben die Möglichkeit, die Oberfläche zu bestimmen, egal ob matt, poliert oder sandgestrahlt. Sie können jede Stärke und Breite individuell wählen. Sie erhalten jede Goldfarbe, egal ob gelb, weiß, grau oder rot und natürlich die verschiedenen Edelmetalle wie Platin, Palladium, Gold und Silber. Wir können jedes Oberflächenmuster und jede Fuge individuell für Sie einfügen. Über zwei Millionen Trauring-Varianten können wir für Sie fertigen. Im ersten Schritt sehen Sie die kaltgezogenen, speziell ausgehärteten Stranggussrohre, welche fugenlos gefertigt sind. Nur diese Art der Herstellung gewährleistet den höchsten Härtegrad und ermöglicht nachträgliche Größenänderungen. Hier sehen Sie, wie vom Rohr der Rohling auf die passende Ringbreite abgestochen wird. Für mehrteilige Ringe wie diesen wurden beispielsweise drei Rohlinge auf die gewünschte Breite abgestochen. Um eine unzertrennliche Verbindung zwischen den Rohlingen zu schaffen, werden sie zusammengefügt und in dem Indothermofen gesintert. Das bedeutet, sie werden unter hoher Temperatur miteinander verbacken und sind dadurch für immer miteinander verbunden. Der Rohling ist versintert, aber die Oberflächen sind noch unbearbeitet. Deshalb wird er gesäubert und an den Kanten geschliffen. Um die höchste Qualität der Abramowitsch-Trauringe zu garantieren, muss der Ring gerändelt bzw. rolliert werden. Das bedeutet, dass Druck auf ihn ausgeübt und er nachverdichtet wird. Somit wird der Härtegrad maximiert. Um das Tragen des Rings angenehm zu machen, wird der Ring durch eine CNC-Profildrehmaschine auf die von Ihnen gewünschte Stärke und das entsprechende Profil, das heißt die Bombierung gedreht. Die Präzision, mit der hierbei gearbeitet wird, ist von keinem Goldschmied per Hand erreichbar. Im nächsten Arbeitsschritt werden mit verschiedenen Fräsmaschinen Oberflächenmuster wie Längsfugen, Wellenfugen oder einfache Rillen in den Ring gefräst. Nun werden an die von Ihnen gewünschten Positionen Fasslöcher gebohrt, in welche anschließend die Brillanten mit der von Ihnen gewünschten Fassart eingefasst werden. Dabei ist die handwerkliche Klasse des Fassmeisters gefragt. Mit der Oberflächenbearbeitung beginnt der letzte Schritt im Herstellungsprozess Ihres Trauringes. Egal ob längs, quer oder strichmatt, poliert oder eismatt gebürstet, gehämmert oder sandgestrahlt. Natürlich können Sie auch verschiedene Oberflächen auf einem Ring haben. Bitte bedenken Sie aber, dass der Ring durch das tägliche Tragen feine Kratzer bekommt. Das spätere Aufarbeiten eines Ringes mit verschiedenen Oberflächen wird aber durch die aufwendigen Abdeckarbeiten sehr teuer. Daher empfehlen wir eine einheitliche Oberfläche mit unserem exklusiven, kostenlosen Abramowitsch-Auffrischungsservice. Durch das fugenlose, sehr aufwendige Rohmaterial sind nachträgliche Größenanpassungen ohne Aufsägen der Ringe möglich. Dies ist natürlich nur möglich, wenn keinerlei Steine gefasst sind. Durch ein Galvanisierungsbad wird die komplette Oberfläche des Ringes mit einer dünnen, aber sehr haltbaren Schicht aus Rhodium versehen. Dadurch bekommt ein Weißgoldring diesen speziellen hellen Farbton. Die Stiftgalvanik wird dazu verwendet, um farbige Akzente auf der Oberfläche zu setzen. Abschließend wird noch die Gravur eingearbeitet. Sie können Text oder Symbole auf den Ring gravieren lassen. Auf Wunsch ist es sogar möglich, zum Beispiel einen Fingerabdruck oder Ihre Handschrift zu scannen und diese dann mit einem Laser zu gravieren. Die Endkontrolle besteht aus der Überprüfung der Ringgröße, der Ringbreite und Stärke sowie der Oberflächenverarbeitung und der gefassten Steine. Die hierbei verwendeten Produktionsprozesse für Abramowitsch-Trauringe entsprechen dem höchsten Qualitätsstandard. Dies sollten Sie bei der Wahl Ihres hoffentlich lebenslänglich zu tragenden Rings berücksichtigen. Aber natürlich wollen Sie auch den Preis vergleichen, um nicht mehr zu bezahlen als notwendig. Bei uns erhalten Sie den Trauring All-Inclusive. Das heißt, die Gravur und das Trauring-Etui sind im Preis inbegriffen. Aber am wichtigsten ist der jährliche, kostenlose Auffrischungsservice, den Sie bei einheitlichen Oberflächen nutzen können. Kunst kommt von Können. Trauringe von Abramowitsch. Christoph UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020